Musik Du, ich habe gerade Mittagspass und eine Frage wegen des Aufzugs. Ich komme echt nicht draus. Du, sorry, es ist gerade schlecht. Ich bin gerade am Velofahren. Musik Musik Äh, was? Unter einer Woche? Ja, weisst du, ich arbeite am nächsten Samstag und habe heute frei. Es ist super schönes Wetter und es hat fast keine Leute. Ah, Mann, so schön wie du will ich es auch mal haben. Musik